So, das ist hier der Strand vom Outreger Beach. Erster Urlaubstag hier. Das hat das bewirkt. Teilweise auch Sonne. Ja, wo sitzen die beiden? Dennis, Maya. Können wir mal gucken? Es wird immer urlaubiger. Und das im November. Ja, endlos. Weißer Strand. Walen vor der Tür. Wir haben also hier direkt Beachfront gebucht. Also das ist der Blick von unserem Balkon aus. Und das sind hier so die üblichen Urlaubsvilla, wo die Birgit am Waggon liegt. Und aus dem Meer guckt. Frühstück noch abend. Wir haben reichlich gefrühstückt, also amerikanisches mit Rührei und Bacon. Das wird immer so unaufgeräumt im Magen, ne? Ja, wenn man zu viel isst, ne? Ja, das ist hier hinten, denke ich, auch mal Miami, äh Quatsch, Fort Myers Beach. Wir sind hier auf einer Insel, die etwas weiter weg ist von Fort Myers Beach. Gehört aber auch dazu. Nennt sich aber Estera Island. Und dieses Hotel ist Outranger Beach Hotel. Und wenn man hier so ein, äh, Beach-Rundzimmer hat, dann ist man gut dabei. Und das ist ein, äh, Beach-Rundzimmer ist ein, äh, Beach-Rundzimmer. Und das ist ein, äh, Beach-Rundzimmer ist ein, äh, Beach-Rundzimmer ist ein, äh, Beach-Rundzimmer. Und das ist ein, äh, Beach-Rundzimmer 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 ist ein, Da bin ich spezialisiert auf Geländer und Fensterrahmen. So, es wird wieder wärmer. So, wir sind hier in Fort Myers. Hotel Rauchpilcher. Und das ist hier eigentlich der linken Seite. Hier gibt's also Bier. Die Familie ist gerade im Wasser. Hier ist Jimmy. Das letzte Mal, wir werden hier ankommen. Sie können auch hier ein Retreat reinschieben. Hier ist die Bar, die ist aber am Morgen schon gut besetzt. Jetzt gehen wir so ein bisschen da rum, wie wir da mitbehalten müssen. Hier ist der herrliche Wetter, um die 30 Grad. Wie das hier so in Florida möglich ist. Hier etwas weiter entfernt. Hier ist wieder dieser riesenlange weiße Strand. Und da hinten sind dann die Möglichkeiten, in die Flaster zu gehen. Dann miete man sich am besten so einen eigenartigen Brügestuhl. Sonst in der Sonne hält man das nicht lange auf. So, da ist hier die Beachfront von der Seite aufgenommen. Hier oben in der dritten Etage. Eins, zwei, drei, ja. Da wohnen wir. Direkt mit Blick aufs Meer. Und S&G zeig ich gar nicht. Wunderbar. Frühstück, amerikanisches Frühstück. Aber mitgebucht. Der Beste ist ja vom Pfalz mit Brührei und Bacon und so weiter. Ist schon toll.